Der WOKA Innovation Day ist die junge Konferenz für medienschaffende, junge Journalisten. Der WOKA Innovation Day ist ein sehr wichtiges Format für die deutsche Journalistenbranche. Der Innovation Day von WOKA hat ja den Charme, dass man unglaublich interessanten Leuten begegnet, die alle eines antreibt, nämlich Innovationen in den digitalen Journalismus zu bringen. Leidenschaftliche Angelegenheiten für alle in der WOKA-Familie. Sehr kontroversen Debatten mit drängenden Fragen. Wie kann sich Journalismus verändern? Wie sollte sich Journalismus verändern? Zu innovativen Denken. Motivierend und inspirierend, im besten Fall für die ganze Branche. Wir wollen mit dem Netzwender Award erreichen, dass sich neue journalistische Projekte gestärkt fühlen, eine Netzwende voranzutreiben. Der Netzwender Award soll nachhaltige Innovation im Journalismus auszeichnen. Digital Neues. Den Journalismus in Deutschland neu zu definieren. Nachhaltig informierte Öffentlichkeit. Der Netzwender Award hat zum Ziel, innovative journalistische Projekte auszuzeichnen. Es soll darum gehen zu zeigen, nachhaltiger, guter Journalismus ist heute mehr denn je notwendig, aber er ist auch möglich. Mit dem Gewinnerteam zeichnen wir Journalisten aus, die wirklich mit Herzblut bei der Sache sind. Voll für ihre Idee, voll für ihren Beruf brennen, voll für ihre Mission brennen. Muss besonders originell sein, innovativ. Das hat uns so beeindruckt, dass wir quasi gar nicht anders entscheiden konnten. Und wir haben einen ganz, ganz großartigen Preisträger gefunden. Bei dem Netzwender Award geht es natürlich einmal um einen Preisgeld, dass man sinnvoll für den Auf- und Ausbau des Projektes einsetzen kann. Die Möglichkeit natürlich erstmal viel, viel sichtbarer zu werden. Und natürlich sind die Preisträger am Ende ein Teil der WOKA-Familie und profitieren von unserem Netzwerk. Ich muss gestehen, ich werde ganz krank, wenn ich im Netz etwas über Gesundheit suche. Ich habe verstanden, dass es richtige Experten sind, dass es Leute sind, die ihre Leidenschaft im Gesundheitsjournalismus haben. Die auch wissen, wie viel falsche Informationen unterwegs ist in dem Beritt und wie viel gekaufte Informationen. Und die sich genau davon absetzen. Die diesjährigen Gewinner sind besonders dadurch ausgezeichnet worden, dass sie ein wichtiges Thema der Verunsicherung der Bevölkerung bearbeiten. Weil ich auf Informationen stoße, denen ich nicht vertrauen kann. Durch Fake News, durch Missinformation, investigative Recherchen zur Pharmaindustrie. Lügen, Lug und Trug sozusagen in einem ganz, ganz wesentlichen Feld, das uns alle angeht, das uns alle tagtäglich, viele tagtäglich, bewusst oder unbewusst beschäftigt, aufzuklären. Sie berichten über ein Thema, was wahnsinnig wichtig ist für unsere Gesellschaft. So, liebes Duo, jetzt seid ihr an der Reihe. Kommt bitte auf die Bühne, liebes Midwatch Team. Kommt bitte auf alle drei Jahre. from zu